Fast tut's mir ja leid, sie zu rücken. Guten Morgen! Happy Kaninchen ist da und will mit seinen Freunden spielen. Guten Morgen, Mela! Oh Mann! Guten Morgen, Mats! Oh, ein Viertelstündchen. Na, ein Viertelstündchen. Da ist das Frühstück aber schon vorbei. Ich hab den Tisch gedeckt. Guck mal, Mats. Ah, Haltchen und Bierchen sind auch schon wach. Oh, okay, okay. Und Elefant. Und mein Lieblingsspiel. Ist auch schon wach. Erst Zähneputzen, ihr wisst ja. Ohne Zähneputzen, kein Geschlechtsverkehr. Aber das Schöne ist ja, dass ich mich gar nicht ausgezogen habe und sogar die Schuhe schon anhabe. Das mach ich auch immer so. Haha, guten Morgen! Wer hat mich angezogen? Wer hat mich angezogen? Ein schöner Tagesanfang in der Linden, Ärzte. Rott ist plötzlich schon von ganz alleine angezogen. Wer war das? Wie konnte das geschehen? Mann, Mann, Mann! Spannend, spannend, spannend! Rott, du bist doch gar nicht angezogen. Du bist doch nur stark tätowiert. Ach, Mensch! Ach, so! So bin ich nicht vorher drauf gekommen. Fertig! Frühstück! Ja, ab zum Frühstück! 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 Essen! 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 Wer hat den Tisch gedeckt? Werden wir jemals erfahren, wer den Tisch gedeckt hat? Was wird noch geschehen? Werden die Ärzte an ihren Tisch kehren? Schalten Sie ein, Strandärzte. Danke, dass du den Tisch gedeckt hast, Farin. Ich war das ja. Frühstück. Frühstück. Hallo, Papi. Frühstück ist was Schönes. Oh, danke. Lecker. Vom Appelschneel bin ich ganz schön satt geworden. Ja? Ja. Ich glaube, ich gehe mal in das andere Zimmer. Da war ich auch schon lange nicht mehr raus. Mir ist auch ganz schön langweilig. Ja, frühstücken ist ganz schön öde. Aber ich gehe ins andere Zimmer. Was, ihr wollt in das andere Zimmer? Ich komme mit. Ich komme mit. Ich komme mit. Das andere Zimmer? Andere Zimmer. Andere Zimmer. Andere Zimmer. Sie gehen ins andere Zimmer. Wie hole ich Sie wieder zurück? Bela und Rott sind jetzt in dem anderen Zimmer. Während Farin am Frühstück sitzt. Wird er es schaffen, sie wieder zurückzuholen? Schaltet ein bei Ein Arzt für alle Fälle. Boah, das war eine tolle Idee, ins Wohnzimmer zu gehen. Die meinte Hexchen ist immer noch im Wohnzimmer. Finde ich auch. Ja, viel gemütlich. Ich fahre noch verschimmelt in der Küche. Ach, das ist langweilige Frühstücken. Das ist langweilige Frühstücken. Das ist Farin, der da ruft. Von wo ruft er denn? Von wo ruft er denn? Ist der draußen? Nee, da ist keiner unter dem Tisch. Von wo ruft Farin? Von wo hat Farin gerufen? Würde es ihm gelingen, Rodrigo und Bela aus dem actiongeladenen, unterhaltsamen Wohnzimmer in einen anderen Raum zu locken? Schalten Sie ein bei Ärztebabys. Ich darf einen gehen und du darfst zwei gehen, sowas. Okay. Guck mal, habe ich gleich ein Töpfchen. Nehme ich einfach mal auf, ne? Lass mein Töpfchen da. Ja. Crazy. Ja. Dann sind wir jetzt beide gleichzeitig dran. Ich habe eine Fledermaus. Du kannst ein Feld vorrücken. Ein Fledermaus fällt aber nur. Ich darf einen essen. Du musst jetzt suchen, wo eine Fledermaus ist. Ein bisschen hinrücken. Ich darf auch einen essen. Der spielt dann nicht mehr mit. Ja. Oder? Ja. Okay. Und Ikke darf jetzt eine Mark an Rot zahlen. Das ist ein kompliziertes Spiel. Warte, nimmst du auch zwei Fände? Ja, ist noch nicht gebraucht. Okay, cool. Das ist okay. Bei einem Sinn hat es herangedauert, bis wir den Regeln konnten. Oh, Fledermaus. Warte, Moment, jetzt bin ich da. Moment, Moment, Moment. Du kannst jetzt nur zwei würfeln und sechsmal würfeln. Sechsmal würfeln. Eins. Und du darfst dann aber nur einen... Boah, Doppelfledermaus. Du darfst nur einen Wurf nehmen von den sechsen. Doppelfledermaus. Also geht meiner wieder zurück ins Häuschen. Genau. Und Moment, da muss ich einfach um die eigene Achse drehen. So war das doch. Eins und zwei. Komm, ich muss einmal, zweimal drücken hier. Und geh einen Schritt. Nee, nee, ich darf einen Schritt gehen. Ach so. Hast du vergessen? Ach so. So. Darf ich jetzt... Bin ich jetzt eigentlich dran? Ach so, ja. Ach. Ach. Hast du deine Wurzladung durch Zehntalber? Nee, nee. Aber wir müssen jetzt... Also wir müssen jetzt raten. Eins. Mh. Einen Flügel. Keiner. Und? Du bist dran, oder? Ich bin dran, genau. Und weil ich eine Eins habe, darf ich jetzt... Darf ich ihn jetzt? Warn das nochmal nicht. Hm. Das ist jetzt schwierig. Jetzt hab ich die Regeln auch vergessen. Oh, das ist schwierig. War das nicht mit einem Topflappen aufs Spielfeld legen? Das so abdecken? Oder muss eine Banane jetzt ins Spiel kommen? Ja, ja. Aber erst mit einem Topflappen... Mit einem satanischen Pferd drauf? Genau. Mit einem satanischen Pferd drauf. Und dann das Spielfeld so abdecken. Jetzt darf man hier nicht mehr spielen. Okay. Das hab ich jetzt so bestimmt. Ja, ja. Bis ich meinen Teufel, den ich vorhin gegessen habe, wieder auswürge. Okay. Okay, du bist dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Das heißt, ich setz aus. Das heißt, wenn du aussetzt, dann darf ich nochmal mit dem zweiten Würfel... Weißt du, ich hab mir das eigentlich. Genau. Scheiße, jetzt darf Ort eine Fledermost gehen. Scheiße! So. Oh! 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 Okay, wir können den Topflappen wieder abnehmen. Wir können den Topflappen wegnehmen. Moment! Es sei denn, der nächste Würfelbestimmer, was du bist... Es sei denn, es kommt jetzt eine Fledermaus, ne? Moment, Moment... Hey, 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 hey! Schüsste, Fledermaus. Wieder essen. Ich glaub, du musst... Du musst ein bisschen wieder essen. Ja, zwei Pfennige müssen hier rein. Jetzt geht mir nicht mehr zu. So, guck mal, was sie hier hat. Drei und Fledermaus. Das heißt? Vier. Fledermaus ist eins. Ich glaube, ich kann einen von deinen jetzt bewegen. Ja, okay. Ah, Moment, Moment. Da kannst du aber nicht, weil ich jetzt gar nicht mehr automatische Schranke. Nein, die Barrikade. Die Bananenbarrikade. Oh, oh. Tja, damit muss ich aussetzen, ne? Hättest du mal. Moment, Rott. Es sei denn, du findest eine Imperialisten-Brauseflasche. Kann ich die schon einsetzen mit einer Drei? Die mit einer Drei kannst du nicht, Entschuldigung. Kannst du aber nicht einsetzen. Aber Moment, was ist mit dem Propangas? Es geht aber nur Zusammenarbeit mit dem Feuerzeug. Siehst du, jetzt kann ich nämlich doch. Hey, Jungs. Das geht nur? Im Zusammenhang mit dem Feuerzeug. Und das war wieder eine spannende Folge von Ärztezeiten, Ärztezeiten. Wie wird es weitergehen? Wird Rodrigo González die gefürchtete Ben-Gurion-Taktik anwenden? Wird Farin-Urlaub eine Imperialisten-Brause benutzen, um die Bananenbarrikade zu überwinden? Oder wird Bela Bese mit seinem Geschlechtsteil noch einen Großbrand verhindern? Schalten Sie morgen ein, wenn es heißt Ärztehof. Ach, Jungs, komm, wir gehen ins Wohnzimmer. Keine Bock mehr. Scheisspiel. Ist ja Kevin Ball noch besser. Warum war ich hier rum mit Ärztehof? Sie ist ein Bolle und sie sieht gut aus. Ich leh' sie heut' Nacht gern mit mir aus. Sie stellt sich zur Schau für das Neuzun und Luft und wird von Millionen Auge angeklaut. Sie trinkt im Nachtlubs immer Sekt korrekt und hat... Die haben schon alle Wände abgeschafft. War denn da jemand? Nee, ich nicht. Hat geklingelt, oder? Farin, du arbeitest da jemand. Er hat geklingelt gerade, ja. Nee, ich hab heute eigentlich niemanden. Wort? Äh, ey, ich weiß von nichts. Vielleicht der Postbote? Vielleicht meine Ex-Freundin? Hat das schon wieder geklingelt, oder? Hattest du meine Ex-Freundin? Äh... Jetzt kriegen wir langsam Angst. Also Eckmach nicht auf. Ey, vielleicht ist die Polizei. Eckmach nicht auf. Ey, aber... Warum soll die Polizei kommen? Ey, was ist... Warum war doch nie mit der Polizei zusammen? Stimmt auch wieder. Und die Polizei stellt auch keine Briefe zu, oder? Nee. Das kann nicht sein. Ey, vielleicht ist ein Serienmörder. Das ist jemand, der rein will. Darum klingelt der. Mein Farben, du malst auch immer gleich alles schwarz, ja? Also... Hier, ja? Also, das Leben kann auch schön sein. Das ist eigentlich der Peter Steele der Band. Ja, aber... Also... Ich finde das schon komisch. Ey, ist ja egal. Hat ja aufgehört sich nicht. Das ist doch super. Das ist Sturm klingeln. Da klingelt jemand Sturm. Oder vielleicht ist der Schalter kaputt. Nee, da will... Da ist niemand. Rott, da will jemand rein. Da will bestimmt keiner rein. Man müsste echt mal gucken gehen. Da will keiner rein, oder? Man müsste mal gucken gehen. Ich will's nicht, nee. Also, solange es nur klingelt, steht da unten. Aber wenn's klopft, dann wissen wir, es ist jemand oben. Erst klingelt er, dann kommt er rein, richtig? So wert. Aber... Aber ich geh nicht gucken. Nee, Rott. Ich trau mich auf. Jetzt klopft's. Jetzt klopft's. Okay. Es hat geklopft. Die Ärzte könnten jetzt zur Tür gehen und rausfinden, wer da steht. Wer ist es? Ist es nicht klopfen, hier fährt Frankenstein? Ist es... Olli P? Oder ist es vielleicht jemand ganz anders, von dem wir gar nicht wissen, wer es ist? Schaltet wieder ein, wenn es heißt, die Straßen von die Ärzte. Boah, Mann, hat das lange geklopft, wa? Ewig, das muss ne Stunde gedauert haben. Du hast endlich aufgehört. Ach. Da ist schon halb eins. Ein Glück, dass wir nicht wissen, wer das war, ey. Ich hab mich immer geschlafen. Nach Belacht. Nacht. Süße Träume. Mann, da hat das geklopft. Und die klopft, wisst du noch? Wir saßen da und das hat einfach geklopft. Ja, vor allen Dingen. Also erst als sie klingelt, dann hat sie geklopft. Das war total crazy. Das ist verrückt. Also was ich mir schon für Gedanken gemacht hab, wer das sein könnte. Ich auch. Also deine Ex-Friendin oder die Polizei? Irgendjemand. Also irgendwas. Ich glaub ich geh jetzt auch mal schlafen. Schon gut, ne? Aber... Was mach ich denn jetzt? Ich glaub ich bleib noch mal von der Tür. Was ist denn? Da ist jemand im Bad. Nein. Das ist klar. Das geht doch. Hallo, ist da wer? Da ist jemand im Bad. Wer kann das sein? Wer ist das wohl? Wer ist das wohl? Vielleicht der Typ, der geklopft hat. Der, der, der... Der ist in der Wohnung. Und wo ist Bela? So, liebe Zuschauer. Wie wird das wohl ausgehen? Wo ist Bela? Wer ist in der Toilette? Was machen Farin und Rott? Was ist passiert? Was ist hier los? Schalten auch Sie wieder ein zu Geliebte Ärzte. Verdammt. Verdammt. Es hat geschrien. Entweder ist es das Klo oder der Typ, der vorher geklopft hat. Das ist Belas Stimme. Die hat ja nicht unter Zweien. Was machen wir jetzt? Bela, halt durch. Wir kommen. Verdammt. Es ist eine Tür. Wir müssen sie irgendwie öffnen. Ah! Hol das Werkzeug. Ich such Schlüssel. Der könnte passen. Es ist ein Knabberschlüssel. Hier, ich hab was. Du hast was? Ich hab was gefunden. Okay. Okay. Ich sag mal, das ist ein... Ein 75... Ja, knapp 74,8. Ich hab's. Ich hab's. Okay. Irgendwie muss es gehen. Irgendwie muss es doch gehen. Es muss schneller gehen. Hier, hier, hier. Ich hab's. Ich hab's gleich. Okay. Aufschlagen. Rott. Rott. Die Klinke. Die Klinke. Werden Rott und Farinas es schaffen, die Tür zu öffnen? Wird Bela hinter der Tür sein? Wird überhaupt alles gut oder wird alles total gefährlich und so? Schaltet wieder ein, wenn es heißt, jede Menge Ärzte. Los, los. Schnell, schnell. Herr Störer. Bela. Bela. Ich bin bei dir. Bela, was ist los? Ich bin bei dir. Alles wird gut. Alles wird gut. Er zeigt doch morgen. Er will uns irgendwas sagen. Er will uns nur was sagen. Ich weiß nicht, was ich... Ich hab's. Ich hab's. Was? Der Waschlappen ist runtergefallen. Der Lappen. Von diesem Haken. Bela. Bela, halt durch. Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren? Magie? Schwarze. Was wird jetzt passieren? Werden die Ärzte mit gemeinsamer Kraft den Waschlappen wieder auf den Haken hängen? Wird der Haken sich wehren? Wird der Haken alles zulassen? Schalten sie auch nachher wieder ein, wenn es heißt, Spandau, die Soap von der Insel. Musik Er hat mich so mitgenommen. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn Rott nicht diese Aktion mit dem Lappen gebracht hätte. Das war eine geniale Idee. Zwölf Jahre Lappentraining. Ich bin auch voll sicher. Ich bin auch voll sicher. Gott hat sich echt bezahlt gemacht. Ich habe immer gedacht, warum macht der Gott das? Und dann, ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Ich habe irgendwie instinktiv gescheitert. Du hast wie im Trance gehandelt, oder? Du hast gar nicht nachgedacht, oder? Du hast einfach gesagt, einfach machen, oder? Ja, es war wie ein innerer Notruf in mir. Ich musste. Das war total super. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es mir da drin ging, alleine ohne euch, mit den Lappen. Das ist ja furchtbar. Dein Geschrei. Dein Geschrei, ich habe mir so Sorgen gemacht. Ich kann jetzt gar nicht mehr schlafen. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Wollen wir jetzt ein bisschen Fernsehen gucken oder so? Gute Idee eigentlich. Nee. Ich habe eine bessere Idee. Wartet mal. Puh, das war harter Stoff. Da hatten die Ärzte noch mal Glück. Aber zwölf Jahre Lappentraining von Rott haben sich bezahlt gemacht. Doch was kommt jetzt? Was für eine überraschende Idee hatte Farin? Schalten Sie wieder ein. Bei guter Ärzte, schlechter Ärzte. Was hat Farin wohl vor? Ich habe keine Ahnung. Er will nicht Fernsehen. Was kann besser sein als Fernsehen? Ich habe keine Ahnung. Hey! Hey, Jungs. Ratet mal, was ich hier habe. Diese Folge war so spannend, dass sie ganz schnell vorbeiging. Und wir waren, wir wollen alle wissen, was Farin für eine Überraschung für seine beiden Freunde parat hat. Schaltet ein bei Unterärzten. Na, 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 rock you like the arts that can. Nee, 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 nee. Hey, Farin, das war eine super Idee. Ist viel besser als Fernsehen, doch. Ach Gott, hä? Meiner kann schreiben. Meiner kann Gitarren zerbiegen. Meine können fliegen und headbanken. Jetzt habe ich aber genug geschrieben. Schreib doch noch ein bisschen Farben. Nö, ach, geh mal in die Küche. Spiel die ruhig noch weiter mit meinen Kisspuppen. Na, 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 na. Ey, gib mal mal deine Puppe, die finde ich auch ganz gut. Hey, du, ja. Hey, die finde ich auch noch gut. Gib mal her. So. Na, dann nimm doch die auch noch. Das ist meine Band. Ey, Rott, wollen wir nicht über Fernsehen, oder? Ach, nö, du, ich findest, ich kann hier nicht weg. Ich hab noch ein bisschen zu tun, ne? Was ist denn mit dir los? Du bist ja ganz komisch plötzlich. Farin, Farin, komm mal her. Ja? Der Rott ist ganz komisch. Guck mal. Rott, kommst du auch Fernsehen? Nee, nee. Rott, kommst du essen? Nee, keine Zeit. Rott, kommst du abspülen? Nee. Rott, kommst du kacken? Nein, jetzt lass mich in Ruhe. Nein, ich hab davon gehört. Glaubst du wirklich, er ist? Ich hab davon gehört. Du glaubst, er ist? Ich hab davon gehört. Was ist los mit Rott? Was hat Bela für eine Vorstellung von dem, was mit Rott los sein könnte? Was befürchtet Farin, was Bela gleich sagen wird über Rott's Zustand? Und werden sie sich einig sein? Schaltet wieder ein, wenn es heißt... Gegen die Ärzte. Die Ärzte. Du, du meinst, es ist? Ja, ich mein, es ist... KISS-Puppensucht! Rott! Rott! Was ist denn? Was nervt ihr mich schon wieder? Rott, du musst jetzt ganz stark sein. Guck mal. Was denn? Guck mal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Guck mal, Chips. Guck mal, hier. Guck mal, hier. Guck mal, hier. Oh, was zu lesen. Guck mal. Was Spannendes zu lesen. Nimm mal hier. Rott, du musst jetzt ein bisschen mal auf Entzug gehen. Ich war gerade bei der Zugabe. Rott, guck mal. Was denn? Das ist doch auch Kassel, die KISS-Puppe. Guck mal, hier. Guck doch mal, Rott. Mal hier, damit kann man doch auch schön spielen. Rott, he? Fahin, wohin? Fahin, wohin? In das Klo? Ja, wirf sie ins Ei. Meine KISS-Puppen. Ach, Rott. Rott, halt durch. Halt durch. Das lohnt jetzt hart. Cold Turkey. Rott, du musst durchhalten. Wird Rott es schaffen? Werden Farin und Bela es schaffen, ihn von der KISS-Puppensucht zu befreien? Wie wird er sein Cold schon überleben? Wird er viel schwitzen? Wird er viel kotzen? Schalten Sie ein, wenn's heißt. Ärzterruf. Okay, Bela, wie ist dein Plan? Fahin, du musst jetzt genau zuhören. Okay. Ich habe hier etwas, das habe ich noch nie benutzt. Aha. 3D-Brillen. 3D-Brillen. Wir setzen uns und Rott diese 3D-Brillen auf. Ja. Und wir fördern uns damit automatisch in eine dritte Dimension. Klar. In dieser dritten Dimension hat Rott automatisch eine Kraft mehr, um den Cold Jin und seine Sucht zu besiegen. Die KISS-Puppensucht? Richtig. Verstehst du? Er ist ein Drittel stärker, was ihm dann, was ihm helfen kann. Wir müssen's versuchen, es ist unsere einzige Chance. Ich hab's verstanden. Es macht Sinn. Macht Sinn. Also, los. Belas Idee klingt verrückt, aber es könnte klappen. Schaltet wieder ein. Bei Ärzte Copter wird Rott gerettet. Ärzte Copter. Woh, 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 Woh... Untertitelung des ZDF, 2020 Rott, du musst jetzt stark sein Ich kann das nicht schaffen, es geht nicht Dringst du noch durch in unsere Dimension? Wir setzen dir jetzt diese 3D-Brille auf Und dann lassen wir deine Sucht in der zweiten Dimension Er ist geheilt Was war los? Wo bin ich? Warte, Rott Rott, du bist jetzt in der dritten Dimension Was soll dieser Rasierscharm in meinem Mund? Special Effects Wahnsinn, Jungs, was war los? Ich weiß nichts mehr Rott Rott, du warst Kisspuppenabhängig Nein Aber wir haben dich von deiner Sucht befreit Eine schreckliche Krankheit, von der ich viel gelesen habe? Rott, wir mussten zu dieser Maßnahme greifen Es war hart Aber, du bist gut durchgegangen Deine physische Kraft hat dir geholfen Da bist du noch ein bisschen besabbert Ich hoffe, du wirst nie wieder einen Rückfall haben Oder Ich bin so froh, dass ich euch habe Jungs Jetzt, aber jetzt kommt der schwierigste Teil meines Plans Wie kommen wir zurück in die zweite Dimension? Bela hat die Ärzte, um Rott zu retten, in die dritte Dimension gehievt Aber wie werden sie in die zweite Dimension zurückkehren? Schaltet ein Bei Großstadtärzte War doch ganz einfach Ey Bela, super Idee, einfach die Brille wieder abzunehmen Verrückt Für dich, Rott Ich gönne mir erstmal ein paar Chips Tut dir gut Was ist denn? Bela, Rott Da fehlt einer Farin hat eine Stinkwut Wer war an den Chips? Schaltet ein Bei Rote Ärzte Ich bin stinksauer Ein Chip fehlt Aber nicht umsonst habe ich eine Detektivausbildung gemacht Der Chip muss noch irgendwo sein Und ich werde ihn finden So weit ich Farin bin Rott, komm mal her Was denn, was denn? Komm mal her Was denn Bleib sitzen Ich hab nichts gemacht Als du kisspuppensüchtig warst Sag die Wahrheit Ich hab nichts gemacht Zeig, zeig Hm Ich kann mich nicht mehr erinnern an irgendwas Rott ist alles in Ordnung Wenn man kisspuppensüchtig hat, hat man doch gar keinen Hunger Woher willst du das denn so genau wissen, Bela? Hm Moment mal Was? Da ist ja der Chip Wo, wo? Bela Wie kommt er denn da hin? Niemand isst Farin seine Chips weg Aber Jungs Ich hab noch eine bessere Idee Ich teile meine Chips mit euch Ich will jetzt keine Chips mehr Bela will keine Chips mehr Was ist passiert? Schaltet wieder ein, wenn es heißt Ärzte, 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 Ärzte Bela, Bela, was ist denn? Ich bin doch gar nicht mehr sauer, dass du den Chip gegessen hast Harin Das war kein Chip an meiner Lippe Das war kein Chip? Das war mein Vater Das war dein Vater? Und du denkst, ich hab ihn gegessen? Bela, ich würde doch niemals deinen Vater essen Das war nur ein Scherz Vater Nein Nein Bela hat seinen Vater zerbrochen Rott, komm schnell Zwei Väter? Zwei Väter Das kann nicht gut gehen Nachdem Farin, Belas Vater zuerst gegessen zu haben schien Stellte sich doch raus, dass er seinen Vater verschonte In seiner Freude brach Bela seinem Vater das Genick Das chippige Genick Aber Rodrigo hat noch ein Ass im Ärmel Und warum heißen die Ärzte die Ärzte? Schalten Sie ein bei Emergency Ärzte 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 Ich habe meinen Vater getötet Bela Ich habe meinen Vater getötet Bela, das wird schon wieder Rottwein, meinst was er tut Rottwein, Rottwein, Rottwein Keine Angst, keine Angst. Das kriegen wir schon wieder hin. Bela, halt durch. Halt durch. Das kriegen wir hin. In einer Woche ist dein Vater wieder okay. Das sieht doch ganz gut aus. Dein Erzschlag hat sich schon wieder stabilisiert. Das Gröbste ist jetzt geschafft. Ich brauche eine Woche Ruhe und dann ist gut. Kann ich ihn sehen? Ja, hier. Aber nur eine Stunde Besuchszeit. Nicht länger. Ach, Vater. Er sieht wieder aus wie neu. Du wirst bald wieder unter uns Lebenden weilen. und dann werde ich dich nie wieder in eine Tüte einsperren. Rott. Er ist überstanden. Rott Clooney. Happy End. Happy End.